ja sie sind jetzt nicht so krass unser schick ist vielleicht ein bisschen schlecht aber sonst die vorab ab ich schacko man von den champs hier ist schick ist schlechteste hier von dem team oder nicht du kannst du nicht spielen das alles die geben so verarschen kann ich habe ihn als als er nicht so krass genervt wurde habe ich mir richtig gerockt alter gegen gefickt in den bush rein direkt tot aber der tausendmal genervt also jetzt ist das schwach auf dominien für gab es das item auch kannst du die türmaschine einnehmen gab es ja früher er ist rausgenommen gerissen item gerissen ist ja was anderes nach das beschützen ist das eingenommen wurde und dann deutlich eingenommen wurde und er hat sich leben hat kannst du hier heißt den sammelsfall benutzen wird er aufgeladen schnell und er wird eingenommen benutzt den skill der machte turm mehr schaden oder sowas wie heißt das bei noch mal der türme schützt absatz deutsch ja was auch enormes da war womit war aber nicht bei dominion sondern ja ne was wie heißen das und muss mit elf fort 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 zix hatten langsamen pc ja das stimmt er ist diamond 1 labernicht wie viele punkte guck mal auf seinem profil ich hatte keinen rahmen guck auf sein profil 81 boah dann ist das ein heftiger er ist ja krasser als jungen gold das soll ich auch das wird ihm wohl du wenn du bist durch die tipp m Willkommen in der Howling Abyss. Willkommen in der Howling Abyss. Willkommen in der Howling Abyss. Ja, war ein One-Man-Mode. Was haben wir mal? Ich bin von den Karten getroffen. Sollte ich ein Daimn sein? Ach, voller Lappen. Oh, das ist für ein zweites Mal treffen. Da ist er ja. Main Support, ich gucke. Ah, nee, Jungler. Ja, dann sollte er Ja-Wan wohl können. Die Engen haben gespawled. Ich kann sie treffen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wie viele Wälder sind die Neutrinkl-Cleared? Oh, shit. Zieh einen hier rein. Oh, Mann, der verrät uns. Ja. Ja. Hast du das gesehen? Der war totes. Hm. Flash gegen Flash, ey. Ja, die haben wir. Ja. Wir dürfen nicht... im Busch sein und dann... Boah. Die Missgeburt. Du gehst ja nicht aus dem Busch raus. Man fängt... ...unser Blitz an zu grabben. Hm. Erstmal bin ich fast gestorben. Ja, aber... Die auch. Hast du Angst beim Grabben? Dann musst du überhin wechseln. Du bist ja nie ein guter Blitz. Wenn du Angst hast beim Grabben. Also ich... WHAT?! Oh mein Gott. Alle tot?! Alter, jeder von denen hat einen Kill. Ja. Ja. Das ist der Zack. Ich weiß nicht mal was ich kaufen soll. Der Zack ist schlecht. Jeder Zack ist schlecht. Heftiges. ich hole mir nen banshee seh nen cape ich schaue das macht das gift wir bauen die büsche, sonst ist es vorbei mit bildern mit mir nicht so der stand noch gar nicht oh nice tot level 6 oh mein gott denn der 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 I'm a slave Hey, es gibt gar keine Katzen mit unterschiedlich großen Augen Gott ey, die Programmierer kommen jetzt einfach so eine Scheiß Erwartet Hm Nein! Sie haben einen Schrauben geschlagen. Vorspiel setzen, ähm, geht das schon. Ich kenne euch den Film Lone Ranger. Ist auch neu, mit Johnny Depp. Sehr gut. Nein. Es sah nicht so aus. Es sah nicht so aus oder hast du ihn schon gesehen? Nein, aber es sah jetzt nicht so... Aber meistens ist es ja so, dass die nicht so überragenden Filme im Trailer nachher eigentlich ganz okay sind. Ist der noch Ulti? Viele Filme, die krassen Trailer haben, sind nachher voll die Enttäuschung. Weil einfach alles geil im Trailer sind. Ja, und die mit schlechten Trailer sind oft auch schlechte Filme. Die sind ja meistens nur bei diesen Hardcore-Action-Filmen, wie Pacific Rim oder sonst. Ja, ich hab ja schon alles gezeigt, was du wissen musst. Und bei Krieg der Titan oder Krieg der Götter oder wie hieß das? Kampf der Titan und noch irgendwas. Ja, da war auch alles im Trailer. Ja, die coolste Stelle mit dem Skorpion war fast komplett im Trailer. Ja. Ja. Ja, der Java geht auf Damage, Alter. Das ist von Mongo, ey. Ich bin jetzt gleich auf Tank. Und da war auch alles im Trailer. Ja. 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 Na. Ja. 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 Okay. Was ist das denn? So wie Charlie Ja, sie sind Oh, lol Oh, fuck, ey Get fucked Der Diamond, ne? Ich bin, kann meine Fallen kaputt machen? Der Diamond, ne? 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 Wer zieht das eigentlich im Busch? Ach da, lol Ich dachte im Hinteren Tresana ist so broken, Alter. Das ist ein AD. Hey, wieso macht der Ulti so viel Schaden? Kaliert die auch mit AD. Äh, es ist schon mal ein Moth. Tresana weiß das nicht. So viele Mücken. Z.O. Play. Nein! Irgendwas arbeitet nicht bei Ghetto. Ey. Ja, geht auch ab. Ich zieh den gar nichts mehr, ey. Aber ich hab auch keinen Damage. Das ist ja egal. Also so ein Wichser-Diamond-Player ist, so ein Wichser ist das. Unglaublich schon, Alter. Oh. Er. B Stockton. Liga. Er. 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 Das war's für heute. Geist. Was ist das? DTF Was? DTF-Ult, ey Oh! Was ist der denn hier? Oh! Jetzt bin ich dabei, ne? Also ich muss auch anfangen Das Gold-Item hat sich schon ausgezahlt, ey H- H- Wup! W- 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 D- W- Ah, diese äh, das, äh, Firegraf, Starb wieder auch heiß ja ähm, wenn ich das benutze, geht auch Ignite als Damage, oder ist es einfach true true ja, Ignite auch aber es ist true damage ach so ich mach nicht mehr Schaden so reduziert quasi für zwei Sekunden die Magic Resistance ich zieh dem gar nix vielleicht 100 oder so das war kein Damage ich hoffe, ich habe 200 Magic Resistance, ey boah die leasht sich mit einem Hit wieder hoch Tristana Tristana wäre am Pulsen das war das hier auch nicht dass das ist die Oh, TRT, den Last Hit konntest du auch machen. Ja! Das war einer. Bevor ich sterbe? Scheiße, ich auf den... den Last Hit, ey. Denn er ist Ghetto. Grab! Grab! Wenn nicht mehr Grab! Ah! Oh lol, in die Puppe reingesprungen. Was macht der da? Du gehst allein allein! Oh, 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 mein Puppe geht ab. Ja, unser Enhipp ist offen. Da sind nur noch 2 Hits drauf. Ja. Trufta! Auf den TF! Ja. Ja. Auf den TF! Ja. Ja. Wie klein der ist. Ja. Sweet! Ich misshandle die MCs! Ich bin Sweet! Original... Was? Ich vergewaltige die ersten von den MCs. Ja, das kann auch sein. Ich bin Sweet! Er brüllt zu sehr, ich kann den nicht so gut verstehen. Ja, Massif hat schon die, diepe Texte. Ja, Massif hat schon die, diepe Texte. Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Dann war halt noch drauf, dass du im Gesicht im Staub liegst. Hm. Durchaus möglich. Hol dir den... Vega! Oder TF! Oder Tristana! Hol dir einen! Blitz! Go! Jetzt! wie lange brauchst du für den nächsten grab in die grunde oh meine java kann die nicht mehr hochschmeißen links hat kein passiv die 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 Elie ist hinter uns, ne? Hilfe! Ich glaube, der Ziggs ist nicht so eine große Hilfe. Ich glaube, der Ziggs ist nicht so eine große Hilfe. Kuck! Super Minion! Der erflebt! Soll er leben! Der Ziggs ist da! Der Ziggs ist da! Irgendwie dahin locken, Alter! Jetzt grab da mal, dann bist du der Meister, ey! Da laufen schon die ersten Puppen ab, ey! Der Ziggs ist da! Der schwingt! Irgendwann Puppen! Oh, Lord, ich bin gestorben! Ja. äh, der, der Zack benutzt gar nicht sein Item, ey. Ich hoffe, dass du so lachst, willst du gar nicht. Ja, warst du cool, Junge. Gut der F, ne? Wenn ich nicht einmal ankomme, alter, einen Durchwerfer ist er gut wie tot, ey. Ja, ist doch gut. Richtig viel Magic Pen hab ich, ey. Ich find's cool, dass es so viele Magic Resist Items jetzt gibt. Vorher konnte man sich gar nicht wehren gegen Magic Teams. Oh, lol. Wo ist das Team? Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Er wird zu tanken. Eben Schuss. Entschuldigung? Zeiget ihr beim Schuss? Auf Damage gehen. Ich? Nee. Ja, aber was brauchst du? Ja, du brauchst dein Dings, ne? Oh no, du hast mit deinem Dings nichts getroffen. Ja, Panik war das. Passiert, Mann. Immerhin setz ich's ein, ey. Ja, ihr Assis. Fickt euch einfach. Der Jarman, der Jarman ist richtig, der richtige Wichser ist aus. Riecht man aufs Einwand. Ist doch so, Alter. Schade. Ich hab' ihn nochmal hochhüpfen lassen. Oh, mein. Nein. Ich hab' ihn noch. Ich hab' ihn noch hochhüpfen lassen. Boah wieviel Shako Dimmj macht ey Shako ist doch voll geil man Last Hit Ja Abgeräumt Easy oder was Ja